Hallo Leute, willkommen zurück bei Fallout 4 und ja wir sind in Sanctuary ich war zuletzt abname wieso essen so scheiss schwach gut schauen, ist es leer oder was? es ist wirklich nix gar nix vielleicht wechseln die aber hoffe ich mit dessen das ist 6 niemand kümmern sich da kümmert sich jemand niemand niemand für englische pflanze da musst du jemanden auch schicken lol ok dann ist es bisschen die oma kann ich nicht machen mach ein befehl du gehst mir an diese pflanzen zu weisen ich muss sie das arme erden sollte sie gehen oh Pistel soll ich hier Pistel hä? lol können sie nicht nehmen ok äh vielleicht kümmern sie noch also ich habe die Schutz verbessert dann sind wir an 5,6 schon 31 Bette haben wir hier also wenn wir kommen mehr Leute da dann wird es noch besser 6 im Wasser das reicht noch Energie auch passt und ja die Größe langsam ist voll so und gehen wir zu unserer Mission wir haben noch nicht fertig gemacht das ist hier der Briefkasten zack haben wir schon gegen den Monster schon gekämpft der ist nicht so OP jetzt weil wir haben auch mehr Schaden gemacht so aber immer wieder ist englische Monster oder Leute welche sind stärker als wir dann muss wir ja sich ja ein bisschen Mühe geben wir warten oh fertig gut ich denke wir gehen ernst oh was machst du da du sollst überlegen bleiben Du sollst mir nicht schlagen ich bin so ich hab euch nicht gemerkt ich hab mir ja keine andere Fall gegeben ich weiß nicht aber ich habe sehr viel ich war schon hier also immer gut nehmen wir auch das so gehen wir zu den hier ist auch ein ganz oben haben wir was hier ein klebstoff stahl das plan ist auch da gibt es ein schisserei interessiert mich nicht ich hoffe da ist kein radar da ist so ok da kommt niemand auf der anderen seite gibt es gegner mitbekommen jetzt gerade aber das vielleicht müssen wir gleich bei uns kürmann hat er nicht mal sehen doch hier muss man uns einbrechen ja auch um jawohl dein vater nicht so bitte da auch schuldigung aber ich muss 6, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3. WoW, wie? Ah. Hm. So. Nein, nein. Oh, das nehme ich. sehr gerne, das nehme ich auch, das nicht, bestel, also nichts interessantes bei dir, bei dir was haben wir da, nein, das nehme ich auch, jo, das ist auch gut, ja, wo sind die, ach so, ich wurde da, oh, 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 moment, moment, kurze Pause, mir was, den Bauch reinmachen, ja, deine Fresse, ich habe sie schon getötet, weißt du das, die Texte sind morderisch lustig, so, ah, da ist noch eine Person, das haben wir, das nehme ich, dann kann ich verkaufen gleich, oder später, also jetzt haben wir Ruhe, im Karton, schaue ich nur kurz schnell, ob irgendwas finde ich, welche ich werde gebrauchen, habt ihr irgendwas hier nützliches, also das, Tisch, was haben wir da, nix, ok, musst du schlafen, oh, da ist noch was, auch geschlossen, ja, auch geschlossen, so, also, wir müssen hier, juhu, aktiviert, erreiche der Verteidigung, 0%, was, was muss ich machen, irgendwelche Verteidigung, also, Bau ein Reaktor, ahhh, Ťaah, Sprech mit um, okay. Sprech mit um, okay. Sprech mit um, okay. Sprech mit um, okay. Nein. Nein. So, zurück. Eigentlich, ah, ich konnte das abbauen. wir sollen genau dahin sind wir ich bin der roboter ich zerstöre euch am arsch so mit tom reden der rest der platz später ich arbeite noch dran ist gebaut ok Okay, bauen eine Konsole, bauen eine Transformation. Wie funktioniert es? Der Molekularstrahlermitter versucht, dass deine Moleküle die Übertragung vertreten. Okay. Okay. Ich lege los. Okay, blau Bauplatz. Ah ja, ist schön. Gut. So, haben wir gemacht, haben wir die Raider erledigt. Das war schimmisch neig, muss ich sagen. Das mal das, das, das. Schade. Aber schade, da kann ich nicht so schnell rennen. So, jetzt, jetzt richtig los. Mit mir. Ah, Spaß. So. Und jetzt. Okay. Ähm. Karte. Und. Option, such die Militärlage nach. Schalter. Option. Oder. Hier. Bau eine Konsole. Konsole. Okay. Ah, noch was. Suche nach. Telefone. Okay. Und hier. Also erstmal gehen wir da hin. Vielleicht bauen wir erstmal Konsole. Oder? Wow, ich wollte schon die abschießen. Also, ah, die langweißig, hm, ok. So, so, jetzt weiß ich, ich muss da hingehen, nein, uh, der Wäldegewild, ich glaube, der explodiert nicht, wenn er uns berührt, oder? Hoffe ich nicht, weil so einen Roboter habe ich noch nicht erlebt, also ich weiß noch, was passiert dann. Da konnte alles passieren, so, ja, konnte, so wie wollen die Roboter, welches selbst explodieren? Ja. 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 Okay. Ja. Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Der brennt schon. Da ist einer. Oh, Kommando. Ja, gut. Wow, 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 wow. Was ist der? Ja, der sollte, einer ist da. Ja, und deine Auge ist der letzte Fehler, weil ich hab dich schon getötet. Radioaktivität. So. Das nehmen wir. Das ist sehr wichtig. Das nehme ich. Das nehme ich. Das nicht. Oh, das ist gut. Das nehme ich. Das nehme ich. Das habe ich schon bereit. Schwer ist es, wenn wir da nehmen wir einfach. Ja. Oh, ja. Das nehme ich mit Korken. So. Mhm. das nehme ich auch hier sollte was hinter sein ja munition das nehme ich auch das nehme ich auch das nehme ich auch nicht schlecht ich bin gespannt was da da ist einer ich habe gebrannt oder was da habe ich ihn abgeschossen also große typ sollte irgendwo legen da ist er zähler jack gewähr die schlecht nehmen ja auch hatte super hammer nämlich ist irgendwo einer alter also wie viel schade macht ihr ja ist klar was ist das? ne danke oh ich nehme kein Wappen mehr ja das nehmt gern das nehme ich das nehme ich oh da ist nämlich sehr gern scheiß Beteiligung ja das habe ich alles das brauche ich nicht ich habe gedacht der hat Fusionkern und sowas ist noch ein Mann am Leben scheiße alle tot also das nehme ich 100 pro das nicht das nicht das nehme ich nein das nehme ich ne 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 Okay, hier ist gar nicht, oh, Muni. vielleicht muss ich ja etwas wegschmeißen whisky will ich nicht es geht für mich zu schädlich meister scheiße muss ich die schlösser knackerei ich werde sagen das war's für mein video und wir sehen uns im nächsten mal